Schaut Haley's Mission im Disney Channel. Also, wer von euch Junior Cowboys denkt, der ist bereit Sheriff zu sein? Bist du nicht viel zu alt für den Wettbewerb? Alter, ist nur eine Zahl kleiner. Meine Zahl ist sechs. Welche ist deine? Nummer eins. Wuhuuu! Ja! Verdammt, Django! Das hier ist eine Viehfahrt, kein Rodeo! Du erwischst mich nie, Rusty! Okay, Cowboys. Zeit für euren letzten Wettbewerb für heute. Äh, wer ist das? Die bitte Roberta. Das wildeste Wildpferd diesseits vom Colorado. Niemand hat es je geschafft, sie zu reiten. Und wer es versucht hat, hat stattdessen eine Fahrt im Krankenwagen bekommen. Und ich muss auf ihr reiten, um zu gewinnen? Bist du vom Schaukelnpferd gefallen? Natürlich nicht. Du reitest auf Miss Millie. Also, hab ich gewonnen? Ja. Ich denke, du hast gewonnen. Juhu! Gut befestigen, Missy. Mit wackeligen Anhängern darf man nicht fahren. Nicht mit den Sporn in die Hocke gehen. Das könnte wehtun. Viel Spaß, ihr Kleine. Aber es wird nicht geflucht, gejammert oder randaliert. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. Hailey, du musst dir unbedingt... Wow, schön langsam mit den jungen Pferden. Dein Kiefer bewegt sich schneller als ein wilder Bulle beim Rodeo. Warum redest du denn so? Ich glaube, der Hut ist zu klein. Was willst du, Scott? Oh, ich wollte dir nur meine krassen Fahrradtricks zeigen. Ich hab dir Videos gepostet und sie wurden ganz oft geteilt. Als neu ernannter Sheriff muss ich dich daran erinnern, dass Handys und Fahrräder in dieser Stadt nicht erlaubt sind. Und da wir bekanntermaßen Freunde sind, hast du mich ganz schön in die Bredouille gebracht. Keine Sorge, Hailey. Was soll denn schon Schlimmes passieren? Scott, stell niemals diese Frage. Ich bin mir sicher, das hat nichts mit meinen Videos über all den coolen, frischen Dreck hier zu tun. Ich heiße Road Rash und wir sind wegen deiner Videos über all den coolen, frischen Dreck hier. Natürlich seid ihr da.